Wir spielen Entweder-Oder mit Jason Breitenbach. Bist du bereit? Ja. Tor oder Assist? Tor. Strand oder Berge? Strand. Liga oder Pokal? Liga. Messi oder Ronaldo? Ganz klar Messi. Wer ist schneller? Schako oder Ronny? Schako. 1-0 oder 4-3-Sieg? 1-0-Sieg. Rap oder Country? Rap. Frühaufsteher oder Langstädter? Langstädter. Serie oder Film? Film. Anzug oder Jogger? Jogger. Was ist schlimmer? Spinne oder Schlange? Spinne. Roadtrip durch die USA oder Australien? Australien. Pizza oder Burger? Burger. Und die letzte? Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Alles klar, danke dir.